Zeug. Wurscht oder so? Gleich. Hallo? Nein. Es ist nichts zum Beißen. Nein. Da kriegen wir Ärger. Du. Ja? Es ist nichts zum Spieler. Bah. Nicht zum Spiel, nicht zum Beißen. Wir müssen Geld einzahlen. Wir müssen Geld einzahlen. Haben sie ja schon länger ausgemacht. Da Griechenland pleite ist, müssen die einzahlen. Ich sag mit der Familie. Das haben sie ja schon länger ausgemacht. Ja, jetzt ist es gut. Was ist los? Dumm 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 dumm. Ich mach nur die draus. Dumm 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 dumm. Dumm 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 dumm. Ich fliege aber nicht. Ich fahre mit dem Mondmobil. 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 Das kann es umgepacken. Weil sie während der Zeit in den Urlaub waren angefangen ist. Aus Egelfahr, der concluding wird in das Neue. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ein Tag muss auch was sagen. das nur noch das ist auch meine milch danke bitte schön gesicht in tasse rein und danach schön ein stück daraus trinken was läuft eigentlich wieder probiere da gibt es mal ein bisschen energie ja mach mal ich glaube durch die viele gruppen schläft seine hohe durch Das ist die Stiftlinge durch, glaube ich, wenn wir die wieder haben. Das ist ein Online-Spieler. Ich weiß, warum Stattestürme so schlecht ist. Ach so. Oh, ich sag mal, nicht so schlecht, auch schlecht wie ich. Oh, ich muss das recht näher machen. Mann, ich will schon Profi näher fahren, ja, raus fahren. Jetzt bin ich wieder raus. Ja, jetzt dreht es mich immer da, scheißbar rein, ich hasse diese Profi. Oh, jetzt tut sie sich auch schon wieder hinter. Boah, ich bin schon so weit hinter. Wie der auf der Karte aufholt, Alter, das fühlt so schlecht. Oder da oben wo ein Trug ist. Schuh. Das ist so ein Krabner, der so dicht ist. Ja, die Älsene ist schön, die sind nicht. Also, ich hole gerade auf die Linke, das ist der Elf-Kartding-Gepack, das wird hier auf der Karte bestellen. Das ist ja nicht begeistert, das ist nie gelaufen. Jetzt das DRS verwenden. DRS verfügbar. Ach Gott, zack, wenn er wieder geht. Ja, ich habe gesehen, dass er läuft. Der hat mich überholt und dann flügel sind wir gehofft, das war beschiss. Dann war es direkt auch so, dann war es wieder zu und dann überholt wird. Dann war der ganze DRS offen. Gut gemacht, super überholt. Gut gemacht, super überholt. Das ist ja auch so, dass der DRS offen ist. P4, du bist auf Position 4. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 7,4 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1,4 Sekunden. Sie fahren mit neun Weichenreifen. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 12,2 Sekunden. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Nur noch zwei Runden. Die nächste Runde ist die letzte. So ist das Ende. Hä? Die Wanderers hier nicht weg. Hä? Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Die Runde des Runders ist kaputt. Wir wollen es sehen, es ist schon Oh, es wird schon wieder Oh, boah. Hey, jetzt ist es schon gut. Genau, bitte. Nichts darüber hin. Jeff! Jeff! Ich bestehe auf meine Pizza! Mein Schild rechts, wie an der Schildland gezogen ist. Alter! Die geht voll! Das ist ja schon auch ein Hilfen, denkst du? Nee. Nee. Mit! Ja. Der Fahrer des Tages. Der Ferrari. Was hat der gemacht? Der ist ein Arsch der Welt dahinter, so weit nach vorne gekommen. Ja. Reif gehabt, ja. Dann bin ich zweimal. Oh, dreimal noch mal. Dreimal einmal, wo ich Reif dran war, dann weg. Schon, wo ich nicht dran war, ist er so... Er ist noch runter weg. Zucker blöd. Weg, ja. Und dann, wo ich mit Thomas dann da so nah dran war. Ah, was juckt denn hier? Ach, geil, Alter. Ja. Um den versorge ich mich später. Um den versorge ich mich später.